willkommen zu einer neuen folge clash auf ein update warum sieht das ladebildschirm jetzt anders aus daran merkt man halt einfach immer wenn ein update oder so kommt ja es ist warm ich finde das video um 23 24 20 gerade in dem raum hier deswegen nicht gleich mal öfter trinken sollte dann wundert euch nicht aber wirklich 30 grad ist ein bisschen viel um 23 ladezeiten noch jetzt schon geil finde das funktioniert ich habe manchmal verteidigen gewonnen 10 16 Das ist ein Problem, warum ich es gerne habe. Ich glaube, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich bin fast aufhören, der Lut dürfte mich in, ich habe mir gefühlt, ich habe mir 200 Tonnen geholfen. Bis zum nächsten Mal. 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 Was macht das eigentlich? Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.